Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe, wir spielen heute wieder in 200cm³ und zwar den nächsten Cup, ich hab keine Ahnung welche, aber wir werden es rausfinden. Heute spielen wir, Moment, ich muss noch kurz hier alles einstellen. Hab ich ja, haben wir zwei Spieler? Das ist bestimmt... Wer? Ich weiß nicht. Hä? Ja, lol. Okay, müssen wir jetzt schauen, welcher Cup wir jetzt spielen, welchen. Hä, aber hab ich das irgendwo? Fuck, da muss ich nochmal nachschauen, keine Ahnung, du. Wie steht die Kinder? Äh... Huch! Haben wir schon einen ordentlichen? Ne, haben wir nicht, gell? Ah, wenn ich das schon sehe, dass wir hier so eine Gritze freigeschaltet haben. Ist super. Wir haben gar keine Räder. Ja, wir haben halt Rally-Reifen und hier wunderbar. Wie ist das? Ach so, ja, jetzt das Ding übrigens. Ja, das muss hier ein Räder. Ach! Ja, moin. Ah, passt alles. Ah, ja stimmt. Äh, kein technisches Verständnis. Ne, absolut nicht. Ja, äh, was ist so passiert? Ja, nix, ne. Ist, äh, cool mal wieder mal Kart zu spielen, auf jeden Fall. Nehmen wir halt einfach das gesamte Projekt auf bis zum Schluss und dann passt das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich guck mal was zu nennen, Alter. Okay. Hä, Moment. Tryforce Cup war doch, ist doch aber der... Ne, wir hatten ja Crossing Cup, gell? Hä, haben wir noch mal was aufgenommen gehabt? Ich weiß das nicht. Eigentlich müssen wir ja, wenn wir sind. Ja, aber du musst jetzt noch mal nachschauen, dann müssen wir mal rausschneiden den Zeug. Gut, dann ist das Part 20. Und wir spielen da. Ja, cool. Okay, das lass, das lass schon drin wieder. Da wisst du wenigstens wo wir sind, okay. Ja, mach mal einfach Lust. Ja, Part 20. Willkommen zu Part 20 von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Wir spielen den Kumu Weide Cup. Genau, denn so sieht das aus. Und zwar in 200 Kubiks. 200 Cubes. Schlimm Escaladen. Da bricht erstmal das Mikrofon ab. Hä? Leute. Ja. Ah. Ich bin mir ein bisschen dran rum, keine Angst, Leute. Na, ich wollte halt nur ein bisschen rüber machen, dass man dich auch versteht. Ja, mich hört man. Na. Warte mal, hab ich, hab ich jetzt. Ja, du hast immer, du hast immer bei der 1 ist immer aufgestellt. Ja, aber hab ich jetzt, äh, hier. Ah. Aber bei der 1 ist immer alles aus. Ja. Okay. Ja, kein Problem. Wir rasieren die ganze Scheiße in 200 Kubik durch. Das heißt, der Vater wird wahrscheinlich unter 10 Minuten lang sein, weil das ja hier längst, äh, kürzester Cup ist. Fuck. Loll. Ach so, ich hab die Kuh getroffen. Kein Problem. Oh, das war close. Hallo, welcher Hurensohn? Ich war das. Nee, du hast mir nicht das item getraut, getraut, ja, geklaut, geklaut. Ja, Leute, ich schau mal vorbei bei Part 17 oder 18 von Lego City on the Cover, kein Problem. Und schaut auf jeden Fall auch mal rein, weil, also Mario Kart ist irgendwie immer das Projekt, was mit am meisten noch... Ja, hab ich dich getroffen? Ja. Ha! Nimm doch roten, die wollte ich eigentlich nach vorne gehen. Was immer noch am meisten ankommt. Was überhaupt noch kommt. Was überhaupt noch ankommt, ja. Ähm. Gut, danke, Mario. Fett ne Sau. Okay. Äh, ja, deswegen... Sagen wir's einfach mal. Hier, schaut mal, bitte. Oder ich... Ich mach's einfach irgendwo in... Leute. Achso, ich dachte, ich hab's getroffen, Leute. Boah, das war cool. Äh, was soll ich denn sagen? Wir haben einen Special hochgeladen. Fuck. Also ich dachte, du hast ne rote gehabt. Ja, das ist ja niemand. Na, dann geh doch zu netto. Los. Ich fasse mal die grüne Streichen mit, bitte. Ja, jetzt setz. Fett voll vormann, da. Ich pack's einfach hier in diese Infobeschreibung. Weil wir eh zu nichts kommen, wenn wir irgendwas uns vornehmen zu erzählen. Das passiert einfach nicht. Ist schon okay. Das ist ja mein Computer drin. Sind wir am Ausparken zwischen zwei Autos immer hin und her. 1A-Klasse, so. Okay, easy. Was wolltest du jetzt sagen? Irgendwas mit... Na, ich hab noch mal so ein Top 30 Most Feuds Dings Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist jetzt hier in dieser Infokarte. Also schaut da einfach vorbei. Danke. Okay. Ja, ist 1A-Klasse. Eigentlich wollte ich das halt, was... Mario's bist du. Mario's bist du. Mario! Das ist halt die Überleitung. Mögt ihr Mario mit Pommes oder mit... Ketchup, was? Mögt ihr Pommes? Ja. Beides. Beidem. Beidem. Pommes rot-weiß oder was? Mach ich mal ne Umfrage gleich hier oben. Mach ich zwar ähnlich, aber ich mach's einfach. Grünstreifen. Grünstreifen ist da. Kann ruhig mal mitnehmen. Wie ist das denn? Ja. Was ist denn hier? Ja. Als dass ich nicht gestorben bin. Du musst ja auch einen Hut passen. Wieso? Ja. Wieso? Da ist doch volle Möse, aber... Ah, ich wollte ja eigentlich. Das war schlau. Jaa Ja moin booste mich halt Ah du Hurensohn Ja moin halt doch vermiss dich Boah geil ich hab eins item gekriegt hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet Leute spielt eigentlich noch irgendwer dieses Spiel hier oder wie siehts aus? Ah du Blöder! Joi, hä? Ach das war die 1, hä? Ich bin immer noch so weit vorne. Kein Problem, Grünscheifen, nö. Oh, ruw mal ran, herzlichen Ruwunsch. Ah jawoll, nein, ruw mal ran. Zumindest kann man jetzt auch nicht um die Kurve driften. Ja, wo ist denn? Achso. Wir werden in der Kurve geblitzt, Mann. Hä, ich bin immer noch klein. Ja, Mann. Ah ne, jetzt nicht mehr. Du, dir ist ja auch nichts passiert. Hallo, ich hab getraftet. Oh Gott, Mann, das ist scheiße. Ist das jetzt nicht schon letzte Runde? Hä, ist hier nicht schon Schluss? Mann, so ne Scheiße. Bis Ende war es so traurig. Es ist alles traurig gewesen, die ganze Strecke. Ich bin Fördermann. So ein Dreck. War es die Bewohnerin? Das ist die Bewohner erster. Die Blöde, die macht auch immer nur Probleme. Crossing, wie hieß das? Animal Crossing? Amiibo Festival. Amiibo Festival, Alter. Das hab ich mal verkauft gehabt. Und dann hab ich's mir aber für 15, also diese Special Edition kostet 15 Euro für das Spiel. Mit zwei Amiibos und diesen Karten da. Der kostet 15 Euro, deswegen hab ich's nochmal gekauft. Ich hab das wieder. Ich hab das wieder. Ja, wir können doch mal ein Remake machen davon. Ja, lass das mal. Reloaded. Hey, ich hab voll Bock. Wieder auszugrasten, Alter. Aber weißt du, der erste Part hat einfach knapp 500 Aufrufe oder so. Ja, lass Eichelmann kommen. Ja, Eichelmann kommt, der Eichelmann. Ja, Eichel, ja, Eichelmann. Eichelmann, da muss auch was machen. Wer die deutsche Übersetzung da reingehauen hat, da muss auch was machen. Hey, v.a. wie heißt das Ding in Englisch? The Oakman. Hey, das war bis jetzt sau die saubere Runde. Ja, v.a. wie du jetzt ausgerastet bist. Hä, als ob Einer genau hinter mir ist. Mann, ich hab 5 Jahre Vorsprung. Ich komm davon nicht, ich muss dieses andere Ding nachlesen. Welches andere Ding? Die sind nur die Handgelenke, ich glaube, ja. Ach so. Ja. Hat man auch schon mal festgestellt, eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Mann, es wird so laut ist, das wird mir mal gut. Kein Problem. Ostkugler steht für Qualität. Ah, ich hab alles weggekommen. Und treff mich selbst. Du blöder Hurensohn. Ah, ich nicht. Ah, danke. Wario, der heftige Vergewaltiger. Wo war'n das nochmal? Ah ja, bei Mario Kart DS. Stimmt. Mario, ey, du heftig. Mario, ey. Mario Kart DS Part 12, schaut mal vorbei. Die Sache ist... Das müssen wir mal weiterführen. Das läuft ja eigentlich noch. Ja, eigentlich schon, wenn dieses Projekt vorbei ist, läuft das so wieder. Ich hab auch noch drei Parts auf dem Desktop rumschümmeln. Das ist die Sache. Wir sind da ja schon bei über 30 Parts oder so. Mann, Mario, du blöder Hurensohn. Als ob hier noch irgendeine, hier die Bitch kommt. Ah. Ich frag mich, wie die die alles so gut kriegen. Die fahren hier mit Pilzen lang. Bisschen wie Snitch, Alter. Junge. Alter. Ich mach ja wohl die krassen Stunts und zieh die... Die fährt einfach nur glick. Ey, das scheiße. Ah, gute Idee. Dritter. Er ist noch drei dritte. Drei dritte Plätze. Warte, fuck. Ich muss jetzt noch einen zweiten. Siehste, wir sind erst bei euch. Ich schneid da vier Minuten oder so raus. Wir sind echt unter zehn Minuten bei dem Part. Das war schon sonst immer so. Ach, Leute. Aber weißt du, eigentlich ist das ja so ein Reloaded. Soll ja eigentlich immer... Eigentlich besser sein als das Originalnetzplay. Ja, gab's Skizio auf dem Originalnetzplay? Ja, natürlich. Naja, aber das war ein Komplettsmonot-Kubik. Haben wir noch gespielt. Wir haben 150 und 200. So wie jetzt auch. Ja. Theoretisch. Und dann halt aber... Wir haben halt die... Die Parts hier, die... Dinge ins Einzelne gemacht. Äh, die DLCs. Deswegen sind das nicht so viele Parts. Gewesen. Ja, mein Mario fahrt vorbei. Kein Problem. Ne, freilich nicht. Aber ich meine... Es ist ja dasselbe Spiel. Plus halt... Also das gleiche. Plus halt... Mit ein paar Änderungen. Ja, das heißt... Wir müssen noch die Änderungen zeigen. Was gab's denn hier? Na, die König Boohoo zum Beispiel. Als fahrbarer Charakter. Dann das Doppel-Item zacken wir schon die ganze Zeit. Dann... Ja, Moin. Gab's nicht noch ein neues Item? Dann ist das Item bei nicht zacken. Man ist halt so schnell. Man fährt einfach instant gegen Autos und es juckt halt einfach nicht. Ja, ist halt. Na, und der Battle-Modus. Den müssen wir auf jeden Fall noch zeigen. Zumindest zweit. Ich hab ja schon mal ein bisschen reingeguckt. Am Anfang, den ersten Part. Wollte der irgendwie... Ja, Moin. Was war da? Keine Ahnung. Kam an einem ungünstigen Tag raus. Was ich auch noch sagen möchte ist, dass ich momentan... äh... Spiel im Wert von 170 Euro vorbestellt habe. Ja, boin. Kein Problem. Ja, jetzt kommt Captain Toad. Huch. Aber auch wie das alte. Wie das alte, aber neue Level mit. Also auch neue Level wahrscheinlich. Vielleicht gibt's ne vierte Welt, kann ja sein. Das ist so doof. Das ist so doof. Aber also wirklich... Mittlerweile zeigt Nintendo einfach der Wii U nur noch den Mittelfinger. Also es gibt eigentlich... Was gibt's denn noch für Exklusivtitel für Wii U? Super Mario 3D World? Ja, irgendwas haben sie ja. Ja, mehr fällt mir schon nicht ein. Fuck. Du blöder. 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 Was? Was? Du hast ja vor Angst hier einen Screenshot gemacht. Wo kann man hier speichern? Das muss man ja Hano anschauen. Nice, nice. Aber immerhin beide. Ja, aber hä? Hä? Dann wäre er ja mal erster geworden. 41 Punkte. Achso nach oben. Okay. 41 Punkte? Wie konnte er das so gut machen? Warte, kann man das nicht hier direkt machen? Kann ich jetzt hier nicht? Menü. Highlights, Video bearbeiten. Du musst, äh, Dauer alles. Ja, eben. Das wollte ich auch jetzt. Jetzt einfach zurückspulen. Was? Willst du das Ende machen? Hä? Ja, ich will das Ende. Will ich sehen, wie dieser Huhn so noch an mir vorbeigefahren ist. Wie kann, wie könnte man das nochmal? Wie ist das schon lang kommen? Vor allem dieses Dreckschen ist auch noch voll betäumt. Oh, bam. Wie ist das schon lang gekommen? Vor allem dieses Dreckschen ist auch noch voll betäumt. Ah, ne, das... Ne. Ah, gut, dass du... Ja, der kommt jetzt hier an. Hallo. Ich fahr dich noch lang. Hä, der ist doch never... Dann schmeiß ich noch was nach hinten. Ja, du schweißt... Der trifft mich ja. Du hast mich bis jetzt noch nicht getroffen. Du hast mich nur weggekickt. Aber der trifft mich jetzt hier. Genau. Ach so. Ach, ich hatte dich dann noch getroffen? Ja, mit dem, den du nach hinten gehauen hast. Das ist so close. Hättest du nicht noch den Hurensohn treffen können? Hä, ich bin doch schon drüber? Hex! Wie lächerlich. Guck doch mal. Ja. Ist ja wie bei dir letztens. Ja, komm. Ergebnis anzeigen. Ja, Wahnsinn. Gute Ergebnisse. Wahnsinn. Wenigstens haben wir mal einen Bugart. Ja, ist so. Oh Gott. Wenigstens das jetzt eigentlich. Es sind nur wir beide noch. Tage. Wer sind wir beide noch? Ja, wer sind... Ja. Wer wird jetzt hier gezeigt? Ja, wir beide. Erster, zweiter und zweiter. Ich meine hier. Bei den Highlights. Ja, immer die Highlights halt. Alle. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Easy 5-Starn-Rass. Nee, das ist ja seit Moicard V nicht mehr so. Ja, stimmt. Oder also Moicard 7, keine Ahnung. Hab ich nie gespielt. Doch, also hab ich bei dir mal gespielt. Moicard 7 ist das so. Ja, Wahnsinn. Moicard 7 ist das so. Ja, Wahnsinn. Wir haben ja nicht mal was freigeschalten. Ist eins ja klasse, oder? Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, was das für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss. 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 Vielen Dank.